Und herzlich willkommen zu einer anderen Folge Minecraft, äh, Let's Play Minecraft Staffel 2. Wir wollen immer noch an unserem Teil. Oh, da ist nicht viel drin. Da können wir eigentlich, äh, auch Steinrennerv machen, wenn wir nicht mehr so viel haben. Können ja zur Noten anaufbauen. Oh, die Musik gibt mir da gerade gepackt. So, jetzt musst du gleich besser laufen. Äh, okay. Schauen wir mal. Ich renne immer hier, weil, nein, der Gang, ja, biegt mir halt nicht so gerne ab. Ich picke ihn gerne ab. Nein, nein, natürlich nicht. Das ist einfach so eine, Eingebung. So. Ich fütte hier gern zu. Ja, wobei die Blätter können wir auch anders platzieren dann. Ich fülle mal das mal raus. So. Äh, ja, was ist das Thema jetzt, äh, keine Ahnung. Ich spiele da sehr viel TTT, äh, aber in Minecraft, also, ich glaube, in Minecraft, aber ich überlege auch jetzt mal wieder, das richtige Spiel zu spielen. Weil das ist einer der wenigen Shooter, den ich wirklich gut finde. Ja, falls man Garry's Mod jetzt als Shooter bezeichnet kann, aber, also, ist ja auch, in der Hinsicht, kann man vielleicht sagen, ja, ist schon auch ein Shooter, aber leider nicht. Also, wenn ich an Garry's Mod denke, denke ich nicht sofort an einen Shooter, auf jeden Fall. Ich fülle auch noch mal Stein. Oh, aber wir können gleich mal... ... hier so ein Kämmerchen machen. Perfekt, vielleicht nehme ich auf mobile wieder, ich habe ein Video, habe ich schon am Kanal. Oh scheiße, ich regeneriere nicht mehr. Ah, ein Weizen. Perfekt. 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 So, jetzt runter. Fackeln kann man ja eigentlich gut Luft holen. Jawohl. Ach man, das wird ewig daran. So, da müssen wir nicht dauernd die Fackel setzen. Können wir einfach hier rein, nochmal. Und bauen glaube ich auch ein wenig schnell ab. Ja, geht schon. So. Jump World werde ich in nächster Zeit auf jeden Fall so wie wir es auch lernen. Jump World ist ein Superman. Hab ich glaube ich im letzten Fall auch schon gesagt. Äh, so. Und sich das ist gerade nicht wirklich viel. Hm, Granitpol würde ich sagen. Passt hier ganz gut. Das sieht halt nur so ein kleines Kämmerchen mit einer Werkbank oder sowas. Das muss man schnell mal legen, wenn man ein Team braucht. Oder was craften muss. Mit Meeresausblick. Aber muss man sofort in die Luft holen. Schlimm sowas. Hm, ich kann ja noch dauern. Das Ziel gehört mir auch fast nicht. So. Direkt. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich den kräftiger Seite würde ich auf jeden Fall Steinziegel hinmachen. Ich denke, die passen am besten. Und da bin ich Sache hier. Huch, geschafft. Perfekt. Ähm, Terraria wird übrigens ähm, weitergehen. Aber es ist die Frage wann. Also eine Folge habe ich auf jeden Fall noch. Die werde ich überhaupt noch laden. Keine Ahnung, wahrscheinlich nächstes Wochenende oder so. Ist das denn diese Woche? Ja, diese Wochenende wahrscheinlich. Ähm, allerdings ist der Server, den wir hatten, ein Steam-Server gewesen und diese sind ziemlich laggy. Äh, weshalb wir da dann wahrscheinlich einen, wenn wir haben oder so mieten und dann weiter aufnehmen. Das kann noch ein bisschen dauern. Weil, der Reutel, mit dem ich hier Lessons Play habe, der hat einen Benetadol, einen Server, aber dies ist ein Minecraft-Server. Und er spielt jetzt noch Minecraft, bis er hat keinen Lust mehr. Und dann hängen wir den in der Terraria-Server. Und dann schauen wir, dass er noch extra heute da war. Bis dann neue Folgen kommen. Ja. Oh, scheiße. Jetzt dachte ich schon. Ich hätte verkackt. Das ist die Facke innen weg. Das habe ich wirklich gar kein Essen mehr. Ich glaube, wir müssen bald wieder auf Jagd gehen, weil da... Ich habe da wenigstens Karotten oder sowas, dann wäre es ja recht einfach. Aber nein. Nein. Nicht einmal die. Äh, so. Schaut aber schon cool aus, dass wir es hier von unten der ganzen Partie kriegen. Na doch. Ungewohnt für Minecraft. Und ich habe schon wieder vergessen, auf die Zeit zu schauen. Nein. Warum passiert mir das immer wieder? Ab jetzt noch vier Minuten. Ich weiß nicht, ob ich Hungertod eingestellt habe. Ich hoffe nicht. Es wäre blöd, wenn ich jetzt an Hunger sterben würde. Es wäre blöd, wenn ich jetzt an Hunger sterben würde. Okay, wir brauchen noch ein bisschen mehr Steinziegel. Oh, Mist. Ich brauche im Kreativmodus gerade wieder in meiner Stadt weiter. Also in der steht auch das erste Haus, was ich persönlich je in Minecraft gebaut habe. Ich finde es erstaunlich, dass ich die Welt immer noch habe. Und immer noch in ihr spiele. Das ist diese Welt hier. Die ist jetzt auch schon Jahre alt. Also die Biome, in denen wir gerade sind nicht. Die gab es damals noch nicht. Aber weiter im Kern. Ist hier halt... Ich glaube, ich habe eingestellt, dass man bis zur Hälfte hatte jetzt nicht verliert. Ich bin mir aber nicht sicher. Ah, man sieht halt auch nicht gerade viel hier. Mist, wird der Spitzacke. Hätten wir eigentlich gleich Sand oben oder? Oh, man hat nichts gesagt, Alter. Nein, ähm. Ich bin ein bisschen zu leise. Ähm. Ich nehme mal gleich ein Deck rein. So, und. 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 Richtig wenigsteine bei mir die ganze Zeit keine abgeboteten. Und. Und. Ich kann dann nach. Und. 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 Ach, jetzt haben wir immer... Boah, ich bin zu zerstreut. Und ja, ich würde sagen, danke dafür, dass ihr zugeschaut habt und ciao.